In den Frühen, wenn die Morgen wirklich werden und die Vögel ihren Schnabel nicht mehr halten, dann auch kommt mein Gestern still zurück, kehrt mit all den Lasten ein, ich so lange schon bin in diesem Glück allein. Da fällt mir ein Spiegel gegenüber auf, zeigt mir wieder, wie es draußen welchend sehen, es scheint wie Fremdverlauf, was außen will geschehen. Untertitelung des ZDF, 2020